Hey! Willkommen zurück! Dann haben wir jetzt mal neu geladen Ich will dieses scheiß Gemälde haben Ganz ehrlich Was? Warum sieht er mich? Wir haben es da ist Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren tragen? Kein Zweifel Ah 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 Das ist schön Ah 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 Okay. Oh, ich bin schon wieder aufgeflogen. Okay. Gott, hier sind wir durch. Ach, der Orden bildet ganz viele Dummköpfe aus. Oh. Okay. 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 Weiter. Immer weiter. Ich weiß, man hätte auch gleich oben anfangen können, aber ich wollte mich dadurch bewegen. Okay. 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 Wie fühlen Sie sich? Das ist nun meins. Gut. Äh. Moment. Ich muss kurz einmal Dinge tun. Das wird gleich ein bisschen doof aussehen, weil hier... Zack. Wer da. Ähm. Nö, halt die Fresse. Oh, bitte nicht mehr. Sokolow 4. Exzellente Fortschritte. Test Subjekt 312 verfällt rapide. Wie vorhergesagt, sorgen die Formeln 12 und 17 als Gabe in einer Mischung zu einem extrem beschleunigten Krankheitsverlauf. Interessanterweise ist die Atemwegsschleimhaut befallen. Der Ausschlag brachte Pusteln hervor. Graue, um genau zu sein. Sie platzen auf, bluten und sind schmerzhaft. Vielen Dank. Wer immer Sie sind, erhielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Okay. Die Schmerzen sind unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Test Subjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Den charakteristischen Hautverschärfungen nach zu urteilen. Ja, dann stirbt sie jetzt wenigstens in Freiheit. Gut. Dann auf zu Samuel. Wir sind hier fertig. Fack. 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 Er ist runtergefallen. Weil, Corvo dachte, okay, ich halte mich, anstatt mich zu porten, halte ich mich jetzt da fest. Äh, wir lassen ihn nicht frei. So. So. Nochmal. Fack. 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 Ausschwamm. Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. So. 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 kaiserliche Angst persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Los geht's. Ja, eine Rune fehlt uns. Ein Haufen Geld. Aber Chaosfaktor niedrig. Ja, aber haben wir nicht auch die Gefangenen freigelassen? Wäre das nicht ohne? Ja, egal. Egal. Die Kaiserträumenden haben jetzt den kaiserlichen Arzt Anton Sokolov in ihrer Gewalt. Durch ihn können sie die engsten Vertrauten des Lord Regenten ausschalten. Doch wie kooperativ wird sich das größte Genie des Kaiserreichs zeigen? Es gilt, ihn freundlich oder mit Gewalt dazu zu bringen, alles zu verraten, was er weiß. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen, all das Stroh, all die Runde Haufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Ich glaube, ich nicht. Also, so schlecht bin ich noch nicht aufgewacht. Gut gemacht, Korbo, gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lord Regenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm, von ihm den Lord Regenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschine. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Ja, wir können mal mit Emily sprechen. Ähm... Eigentlich bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker bereit zu helfen. Okay. Schleichschuhe. Machen die? Schüttel sind leise. So gut, perfekt. Schüttel sind leise. Gut. Achtung, Bürger. Aufgrund des tragischen Todes der Lords Custis und morgen Pendleton, zwei der Hälften unserer Stadt... Aber die sind doch gar nicht tot. ... in der Nähe des Pendleton-Anwesens, wegen einer privaten Feier gesperrt. Alle Besitztümer und Stimmrechte gehen an Lord Trevor entdeckend über... Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Bitte, lass mir eine Kerze. Es... Es wird so dunkel und ich kann Mutter nicht sehen. Ich will nur eine Kerze. Wo ist Corvo? Sie hat immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was sie alles durchgemacht hat. Manchmal ruft sie nach ihnen. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. An ihren Tischmanieren muss ich nicht arbeiten. Sie weiß Bescheid, auch wenn sie es nicht zeigen will. Sie hält den Löffel lieber falsch herum, wie ein Schwert. Dann wieder ist sie ganz vornehm und fragt nach einer Tee-Party. Die wollte ich gerne ausrichten, aber ich habe keine richtigen Teller und statt Stoffservietten nur das Barputztuch und Bierkrüge statt Teetassen. Ich habe nach passenderem Geschirr gefragt, aber sie haben einfach andere Sachen im Kopf. Jetzt geben Emily und ich vor, ein feines Dinner auszurichten. Mit Papier und Dingen, die sie hier und da fand. Vermutlich auf dem Boden. Seltsam für eine Prinzessin, aber was soll's. Und lass sie doch. Sie hat nur mal Fantasie, die Kleine. Gott. Wir gehen pennen. Ah, hier gibt's Betäubungspolzen. Warte. Gott pendelt. Die Angelegenheit mit meinen Brüdern war sehr schmerzvoll für mich, darum möchte ich nicht mehr darüber sprechen, aber ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Mir ist so ungekommen, dass sie sich auf, dass sie sich ihrer auf andere Weise entledigen konnten, ohne sie umzubringen. Brillant. Wo immer sie auch sein mögen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, so sind sie wenigstens am Leben. So werde ich sie vielleicht eines Tages wiedersehen. Und dafür gibt's Geld. Das ist gut. So, gute Nacht. Kor-Woo, aufwachen. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Kalista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Ja, komm. Kalista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Kor-Woo. Es geht mir schon besser. Notiz von Piero. Kor-Woo. vielen Dank, dass Sie mir einen lebenden Weiner organisiert haben. Ein unschätzbar wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Naturphilosophie. Weil lebendige, verlebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sich sicher sein, dass mein Kollege die Situation so menschenwürdig wie eine Möglichkeit handhaben wird. Naja. Hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe, ohne denn gruselige Maske. Daddy! Äh. Sagen Sie, was Sie wollen. Der königliche Arzt kennt seine Weinsorten. Hoffentlich kooperiert, Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Ohne seine Brüder. Kaiserlicher Arzt? Ich glaube, Sie kennen Korbo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ach. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches? Ich glaube, Korbo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lord Regent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lord Regenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten? Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor Sie reden? Bis Sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lord Regenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lord Regenten über die Stadt und wir wollen Ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen. Haben Sie den Verstand verloren? Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lord Regenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Eine merkwürdige Strategie, mit der ich einverstanden bin. Überlasse ich Ihnen, aber wenn Sie die Befreiung so verlassen sind, Sie müssen die Befreiung Gero. Hey. Achtung, Bürger von Danburg. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut durch das Schloss. Verstehe. Nun, ich verstehe bereits alles, was Sie denken. Ich bin ein geborener Philosoph, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch ein Gentleman bin. Zumindest versuche ich mein Bestes. Jeder weiß, dass Sokolow praktisch süchtig ist nach einem seltenen Dikör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich, aber zufällig besitze ich eine Flasche. Es widerstrebt mir nur, sie Ihnen für Sokolow zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk, eine Mischung aus seltenen pandesianischen Gewürzen und einem Tropfen Walöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Was kostet der Spaß denn? Keine Ahnung, was er kostet. 150. Ja, gib her den Schmarrn. Moment. Ich habe gespeichert. Korvo, unter anderen Umständen würden mir Ihre Annäherungsversuche sicher schmeicheln. Aber Ratten, Seuche und Tyrannei können einem die Laune verderben. Und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Nee, komm, wir wollen nicht Korvo als hier als Spanner spielen. Achtung, Bürger von Dunwall. Beachten Sie, dass die Plünderung Man kann ja auch so spannen. Das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren. Hey. Schönheit unserer herrlichen Stadt. So, dann bringen wir mal den Brandy weg. Ich bin nicht entgegen, ihn für eine Weile gefangen zu halten. Ich könnte ein Dream vertragen. Ich könnte den Lohnen. Kingstreet Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht, noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu Ihren Ehren vorgestellt werden. Einen Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn Sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lord Regenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lord Regenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Okay. Ja. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay. Hallo? Hm. Ich dachte, Sie sind nur so zu sagen. Sein Glückwunsch. Vorwärtsmarsch. Vorwärtsmarsch. Ich fand es heraus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lord Regenten. Aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwestern. Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Meine Güte, der Lord Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Trollboys patrouillieren. Pass auf, Corro. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Okay. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr erleben. Der Hans da ist. Dieser Ort macht mehr. Ich werde dich schon noch finden. Komm raus. Hilft mir! Ich glaube, der steht da wache. Ich dachte, das hier ist ein Zivilist, der mich nicht verrät. Ah, cool. Das ist eine Logik hier, die... Das habe ich mich immer gefragt. Ich denke mal, das hier wird dafür sein, damit die Soldaten, die oben in den Trollboys sitzen, aufsteigen können, wa? Oh! 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 Unterwegs zu einer Feierkorbung? Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coltridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tibianischer Wein, und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? Na klar doch! So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Kann Amy nicht sagen, welche Lady das ist? Irgendwann, auf irgendwen wird hier geballert. Ach nee, ach, Silvestre, äh, Feuerwerk. Oh, ich krieg Besuch. Noch ein Artefakt. Schauen wir mal. Tränke geben dem mehr Mana zurück. Ah, da unten ist noch Geld. Nein! Falsche Moni. Ah, ah. Moni verschwendet hier. So, was gibt's unten noch? Oh, da drüben gibt's auch noch Zeug. Ja, da ist der Teufel. Ja, da ist der Teufel. Mal gucken, ob wir übers Dach da hochkommen. Da hin. Da ist noch einiges. Aber, wir sind schon wieder an der 30-Minuten-Marke. ein Wachen. Ah, da ist der Tollboy. Ah, hier. Ah, es ist dunkel hier, ey. Ah, es ist dunkel hier, ey. Okay. Überall wachen. Das Gebäude ist betretbar. Ja gut, dann versuchen wir's gleich auf der rechten Seite, beziehungsweise beim nächsten Mal. Also. Dann war's das hier wieder. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann auf der Feier um. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann. Ciao.